Also Sibyl, du hast gerade das NASH-1 getestet und das STX-Race. Beide sind 12-6 lang und drehen sich ins Breit. Du hast dich entschieden für das STX. Kannst du kurz den anderen Surferkunden erklären, warum? Weil das bringt die anderen auch weiter. Ich habe mich für das STX-Race entschieden, wegen dem breiteren Heck und der Stabilität. Und ich freue mich auf Touren. Okay, super. Ja, das ist eigentlich der Grund, oder? Genau. Vielleicht noch kurz. Bist du Anfängerin oder Fortschritt? Oder was ist deine Stand-Up-Erfahrung? Mittelanfängerin. Das heisst, du hast... Ich habe schon ein paar Mal drauf gestanden, aber noch nicht so richtig Touren gemacht. Genau. Geil, das hört sich entspannend an. Ich freue mich drauf. Du gehst langere Strecke paddeln. Ja. Ja. Okay, super. Danke. Danke fürs Interview und viel Spaß. Tschüss. Danke, bitte. Danke. Danke.